Ja hallo, ChillinKnautsch am R, ich bin der Oli, wir spielen die Sims 4 und ich wollte ein ganz kurzes Zwischenfeedback geben von der Front. Die Moni ist weiterhin schwerst am Arbeiten. Ja, welche Auswirkungen das haben wird, werden wir in Kürze sehen. Ich versuche mal so in der nächsten Zeit immer mal wie so ein kleines Bild einzublenden oder irgendwie so einen ganz kurzen Aspekt von dem, was er da macht, reinzubringen. Ja, und dann werden wir mal sehen, wie verändert sich dann hier unsere Sims-Figur. Ich bin sehr gespannt, am Ende wollen wir sie nochmal umstylen. Naja, schauen wir mal. Sie ist am Schwitzen, ihr am Schauen, bis dahin. Und tschüss.